hallo guten morgen fly komm wir zeigen euch jetzt mal unsere wohnung und was da alles so drin ist was ihr in den nächsten minuten zu sehen bekommt lässt sich in der video beschreibung wiederfinden hallo guten morgen fly und wie war deine nacht also der schlafsack fantastisch richtig toll meiner auch echt geil die kombination mit den isomatten schön warm von unten wie viel uhr haben wir eigentlich 7 uhr 30 dann mal los durch unsere ganzen pilgerreisen ist dies natürlich ein gebrauchtes zelt daher sind wir auf der suche nach einem neuen welche erfahrung habt ihr lasst doch gerne mal einen kommentar da genauere details zu unserer ausrüstung und eine vollständige liste findet ihr kostenlos als pdf auf unserer webseite auch herrlich der stuhl der hat sich jetzt schon mal los wir haben auch schon tolle erfahrungen mit unseren hängematten und wo wir kämpfen verboten ist wollen wir in zukunft bivakieren wollen wir los noch haben wir eins zu hause ja dann mal los 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 Vielen Dank.